Ne, Pio. Will ich Lautsprecher meinst du jetzt? Also deine Kopfhörer dann, wenn man das so gut raushalten kann, ne? Ja, ich hab offene Kopfhörer und meine war gerade so neben mir. Hat mir noch gerade was erzählt und dann hat es das bloß gehört. Ah, okay. Bei den offenen, da hörst du es ja ein bisschen raus, hast du? Stimmt, stimmt. Ja, ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon einen Gehörschlampel. Ich hab ja vorher auch geschlossen gehabt, also ich find da mittlerweile offener irgendwie besser. Man schwitzt nicht so. Genau, ja. Ich hab halboffene. Ah, okay. Also es ist ein bisschen halt abgeschirmt sozusagen, aber es hat halt trotzdem auch noch Lüftung. Beide Seiten leider. Ach, das war dann gar nicht so. Das war irgendwie für 65 Euro oder so. Oder 50. Von Corsair. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Sind aber, also ich weiß von, also ich hab ja, wenn ich mit verschiedenen Spiele, die sind es beispielsweise verschiedene Spiele, zum Beispiel bei Apex, da merkt man dann schon die Leute, die dieses Dolby Atmos nutzen oder die Leute, die halt ein Headset haben im 200-plus-Bereich. Und die hören einfach die Gegner viel früher und haben auch dadurch halt natürlich, sind halt früher bereit, wenn man so will. Okay. Hey, jetzt bin ich on YouTube. Relic 3, sag ich mal, da hatte ich gefühlt nie wirklich Probleme, was den Sound betrifft. Ja, das funktioniert auf alles, also egal, ob normale Lautsprecher oder einfache Kopfhörer. Deren Audio ist einfach so krass. Also, das ist Battlefield 3 Audio. War erst jemand auf B gespottet hier? Ist ja los. Ist down scheinbar wieder. Ja, ist down, okay. Es waren sogar zwei. Rombusar ist your favorite map, roger das jetzt, man. Ja, 320s again. Welcome to the A-shape. J. 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 Vielen Dank für die Follower-Pronation und Twitch-Forkum. Wow, hä? Was hab ich denn nicht geguckt? Wenn ich jetzt gerade hier neben dem Supporter bin, während er schießt, das Out ist einfach krass. Ja. Das hört sich viel mehr wie so ein Schlachtfeld an, als jetzt beispielsweise. Weil es so hallig ist und so, also weil es ist nicht so, wir haben jetzt verschiedene Szenarien, verschiedene Sounders genommen, ne? Genau. Also ich hab mir letztens ein Video angeguckt auf YouTube, die sind halt wirklich mit der schwedischen Armee halt irgendwo auf dem Übungsgelände gegangen. Ja. Und haben dann halt mit Panzern und Infanteristen halt verschiedene... Ja. Ja. Die haben nicht gespart. Die wollten wirklich halt ein Top-Game haben, ja. Ja. Ich mein, theoretisch hat ja EA auch das Geld dafür. Ist ja kein, äh, Indie-Studio, das sozusagen. Ne, das stimmt. Ja. Ja. Die müssen dann natürlich verständlicherweise mehr Abstriche machen. Ja. Da sind zwei in der Raum, äh, Fietz. Ja, ich habe eine, zwei mehr. Ja, der M320 hat mich. Oh. Ich habe einen Geist. Okay. 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 Looks like they are coming to be. Okay. Okay. Moin, Konrad, Viktor, willkommen. Wir haben viele auf der leften Seite. Ja, da kann man als Angreifer vor allem gut die Verteidiger. Zum Beispiel jetzt hier könntest du, wenn du hier spawnst, wo ich gerade stehe, kannst du das Gebäude da halt abschießen, die würden da alle hinten widerstehen von den Gegnern draufgehen. Also nicht alle, aber viele wahrscheinlich. Das ist halt auch geil. Irgendwann hat man alles zerstört. Oh, das ist halt auch normalerweise. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. welchen wir habt ihr gewolltet metro ist 5 wenn er in der leften Ah, deren Teammate hat wohl gefunkiert. Jetzt pushen die rechts, right side, aktivieren, oh shit, ok A werden sie haben, wie es ausschaut, außer Fieks macht gerade den ultimativen Flank. Ja, er hat nicht sterben. Das ist ein Nummer, Wilson, aber... Und einige sind hinter ihm. Warte, ne? Du hast ne Asswall jetzt, ah, jetzt bin ich wieder down, dann kannst du jetzt deine Wache Ah, hä? Ja, wie haben die das denn jetzt scharf gestellt, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, eigentlich fahr ja voll da rum. Ja, das ist sehr skurril, definitiv. Oh, die sind immer noch... Die haben da wohl nen Beacon. Ne, nice. Ja, hab ich gemacht. Gehabt. Vier Medics in the room. Vier Medics. Oh. Oben in der Ecke. Oh. Ich hab alles probiert, ich hab viele Leute überlebt. Ja, ich weiß, ich weiß. Hast du mich auch gekriegt. Hab ja versucht. Und dir einen auch gereckt und... Waren zu viele. War ein guter Push. Sehr, sehr guter Push von denen. Laser haben wir. Na geil. Was meinste? Dieses Perk ist, was Fieks hat, das ist jetzt für nen größeren Explosionsradius, ne? Ne, Quatsch. Damit haben wir mehr Muniz, mehr Minen. Ja. Achso, okay. Und mehr C4, theoretisch, wenn wir C4'n. Ah, nice. Hast du auch direkt zwei Claymo hast? Claymo hast? Ja. Ey, hier war ja jemand fleißig, der hat ja alles schon zerstört. Was ist denn hier das? Alles kaputt? Ja. Was war denn das? Wollte wohl einer sehen, wie die Zerstörung im Game ist. Ja, ich denk mal, wenn man so fleißig ist. Ah, die kommen jetzt alle auf der rechten Seite. Ja. Oh, und da ist denk. Warte, Schatz, auch der Panzer theoretisch leichter als sich zu bewegen, weil er nichts mehr umrammen muss. Das ist vorne ein Nachteil da. Können die sich auch nicht verstecken? Komm schon, komm schon. Panzer disabled. Okay, Panzer down. And down. Oh, der on A, oder was? Ja, warme, aber ich hab'n. Hast du? Ah, ne, nice, nice, nice. Aber ich krieg' den Privileg, der Hand ist da. Ja, den Boden, ne? Ja. 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 Ja, ich spotte einen Soldaten. Ja. Einer ist in der Haus. Einer ist nicht. Hey Tomas, auf YouTube. Wacom. Ja. Ah, ja, ich hab' ihn. Ja, aber sowas hat mich angenommen. Ja, er ist los. Ja, er ist los. Ja, er ist los. Ja, du bist live. Ja, ich hab'n seinen Soldaten aufgelöst. Der Tank ist wieder zu sagen. Er hat den Tank twice. Es gibt noch einen Medik am Anfang der Bananas. Er hat zwei Mediken jetzt. Ja, ich sehe ihn. Perfekt. Perfekt. Oh come on, warum die nicht sterben? Ich habe zwei aus diesen drei. Ich glaube, der Panzer kommt. Ja. Da ist auch ein Infanterist hier in der Nähe. Ja, er ist abgelaufen. Ich habe den Ingenieur, der versucht, ihn zu reparen. Ja. Zwei mehr. Ah, ich bin runter. Nein, ich bin zu früh ran. Der Tank ist runter. Ja, ich habe ihn. Aber es war mit Lack. Das war ein Überlebender am Panzer. Ich glaube, er rennt jetzt Richtung. Ja. Er ist bei diesem kaputten Haus. Das war ein Medik am 94. Oh, das war ein anderer fünf später. Ich habe ihn. Er ist immer eine stamps Janet-Bright. Er holt ein! Der erstmal zur Live-Feed. Steigen! Ich bin hier drin. Du hast mein Set. Du bist jetzt Ingenieur. Auch ein Wanner. Sie haben ein Beacon hier. Ich habe hier einen. Oh. Ich habe ihn markiert. Ich habe ihn markiert. Ich habe ihn markiert. Bei meiner Leiche da. In dem Auto. Genau der. Ich habe den Beacon. Ja. Ich habe den Beacon. Ja. Ich habe den Beacon. Ja. Ich habe ihn zweimal gettet. Ja. Disabled Panzer. Ja die kommt zu dir Fils. Zwei Leute oder so. Ich habe drei. Ja komm, ja komm. Oh Panzer. Oh nein. Ist gut gemacht man. Ja. Oder sind gegenüber zwei. Panzer rollt fast nicht mehr. Oh, ich bin hinter dir. Nein, nein. Oh nein, nein. Hä? Warum? Wir haben eine Mission. Destau die Panzer. Oh nein. Der muss One-Shot sein. Der Panzer. Ich habe keine Ammo. Ähm. Medikberg. Okay, cool. Oh please. Oh nein. Dann sind die Musik. Oh nein. Ich habe noch eine combination. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der Tank kommt? Ja, der Petzlar kommt. Es hat Slimar. Ich bin aus Rockets. Ja, ich habe zwei 3D, also ich flanke sie. Warum haben wir ein Double Perks? Ich habe eine Ammo. Ich habe ihn gefangen. Ja, ich habe ihn. Disabled. Nice. Oh, sie kommen zum B? Gute einen. Sie müssen hier in Haus sein. Ja, in der Bananen-Entrance. Bei Bananen-Eingang. Ich habe keinen Schwank, ich habe nur Medikits. Ich habe ihn leider auch nicht. Also sie haben ihn getroffen, aber er hat noch 47 Prozent. 74 Prozent. Oh, sie kommen jetzt. Von der anderen Seite. Ja, der Tank ist auch so. Da sind zwei Medikits begonnen. Bananen. Sie haben alle Minden verloren, also sie könnten auf A gehen. Ich komme. Dann komm, sie kommen. Bis dann bin ich vielleicht. Dann Versuch ich wieder einmal. Aber es ist wirklich ein Erfolg der Nähe genießen. Oh nein. Danke! Oh, der Arm B, somehow? Oh, der Arm B, somehow? Oh ffff, now this tank? No, he knows what he is. Panzer disabled. One second. Down, is down. They are beginning to go bananas, smoking. Few medics. They are heading A. Right side. Der rennt zur A. Der ist dran, er armt. I am, ja. Genau, jetzt rennt er nach hinten weg. Vor dem. Warum hat denn der aufgehört zur A, lol. Echt? Der bestimmt irgendwie verkackt oder so. Kann sein, ja. Ich dachte, er hat's gearmt und war's auch nicht, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Der krieg's coming. Ja, hit him once. Ja, pass auf, da oben ist ein Bipodler. Äh. Ach so, hier? Meinst du? Ja, da oben genau. So. Er hat mich da schon immer rot. Revive mich nicht, ich bin kein Engineer. Ich muss jetzt auf Engineer weg sein wegen dem Panzer. Oh, all right. They're smoking. Oh, they're going around to A. Oh, they're going around to A. Ja. E-time is to briefs pass now. Have fun. It's at A. Fischer Schenzen! Ach der ist noch mal beigefahrt. Oh, okay. Die kommt von hinten irgendwie, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir haben schon geheimd. Wir haben schon geheimd. Ja, zu viele Medikler. Was ist das? Ah, blödy Tank is coming Dann mach ihn weg Der war so Putz ihn zu mir Good job, Pete Good job Again, again, again Got him, hit him once He sounds disabled Oh, I got him Nice Shit, I was muted, Ryan Ah, what? Oh, so viele Oh Tank, tank, tank Oh, I prepared myself I just run away Okay Save your life I hit him once Same Okay He's disabled again I missed Er brennt richtig gerade Oh, I hit him, but he's not He's repairing I've Lauf mal Nades in die In, 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 äh Achso Aber Die waren, glaub ich, zu steil Geschmissen I don't have any, uh, Nades Tank down, tank down Oh, nice Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Okay Ich hab gedacht, das ist Stift Good one Ah, Edam ist da Ja Ja, in front of me, like, three of them They're reviving like hell They're gonna Yeah Yeah, they got me They're going hard ride Ja, ich denk, es war vorher genug mit 2042, was die Shotgun betrifft Ich hab ihn Ja, I'm scared, right? Yo, they're three Medics On the right side Ah, ich merk schon, so, wirklich Man ist voll losgelöst davon, dass man halt einfach, dass es so direkt Ich fass es nicht ich kann also es ist wirklich jedes mal das gleiche wirklich zu krass Ich hab das ja letztes genauso gemacht da hab ich ja auch damit angefangen mit dem anderen Spiel sag ich mal Ja mit dem Spiel ohne Namen und dann bin ich auf einmal zurück gewechselt und das war so insane rude man They have also good people I don't get it Uh Yeah We can fight I mean red John is also good Yeah they have a full medic squad they have a tank and it's fast vehicle spawn The thing is we are giving a lot to destroy the tank and now we didn't look for the tank so he got forward But yeah I agree they should stop complaining They still have 100 tickets They should stop looking for the tank Yeah I know They should stop looking for the tank Yeah I know In banana Three medics I saw one Over Oh he got revived Tank is coming Hope he meets my mind Oh he's driving past him looks like I hit him once Twice 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 Uh oh I have no cover I spawned got the medic that killed you and then died Oh nice Yeah Everything got destroyed suddenly Hey Franklin on YouTube and hey Ryan on uh Good evening on TikTok Oh 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 Der ist so nah bei deiner Mine Ich hoffe dass er noch drauf fährt Yeah I should leave Hä Warum springt das nicht Der muss doch drauf gehen komm Help 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 Uh okay Der revived hier Zwei im Haus Hier hab sie hab sie Ah hier ist noch einer Yeah beginning of banana Shotgun on my ex Get coming Was ist im Haus da Oh I see Dezember ja Oh I see I don't have any needs anymore Oh Oh And now tank is coming An EOD port is trying to hit the tank I hit him once I have to uh Ah he's driving away He's disabled For him Nee I didn't get him I see So Hit him Hä He got Yeah Irgendjemand muss den repairern Okay he's down Danke Not No He's down No No He's down No 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 They are still in the house Ratted up Ratted up Yeah Ratted up Okay, I think we got him. He doesn't blow up okay okay I stay I stay life you guys to respawn they're coming from the middle now they're at the destroyed building at the edge at the corner of the street they are another side of the oh it's banana yeah banana entrance yeah by Fahrzeugen genau but du kannst die aber auch abschießen mit wir haben m320 oder der rex oder magnum pistole oder mit rpg g's also c4 yeah thanks back a lot of us died on b so there might be armor now ich hab die, ich hab die, ich hab die. Okay nice ja die reparieren gut gerade den panzer da Panzer disabled ich glaube im Haus hoch. Ja, würde auch tun. Bleib am Leben, feed, stay alive. oh, I'm not so safe here. Ja, I'm done. I got revived, spawn on me. They are also upstairs and in a broken house. Wenn der panzer nicht hoch fliegt, dann können die halt drauf schießen. Wer ist disabled? ähm, wait, wait. Panzer down? Ah shit, they got the m320. Good try though. War gut gefaltet hier. They're coming, they're coming. Did you try him to knife or something? No, I wanted to place mines to be honest. Oh. I ignored. Yeah, it looked like you want to knife. Yeah, yeah, I saw him on the minimap but I was like I'm gonna focus on the mines to make sure that the tank has something to shoot at. But before he can actually get to the end comes. Oh, unser Mate hat die im Panzer. Toll. Haben die Gegner nicht aufgefasst. Oh, okay. Dann werden sie gleich heulen? Ja, doch. Da werden die Massen aufs Quitten gleich. Bestimmt. Außer sie kriegen ihn schnell down. Wenn wir ihn nicht reparieren. Wo ist der Tank? Oh, da. Äh, ich weiß nicht, ob er ist. Oh, du hängst wieder im Band. Ja, ich wollte halt nur die... diese Mauer absch... also das Haus abschießen... dann durch das Geröll die Kills kriegen. Ja, okay. Wir werden den Panzer brauchen hier, ne? Doch, haben wir das raus. Doch, haben wir das raus. Wohl schon mal schnell die Taschenpicherbox kommen. Someone went over. Ja, die versuchen ihn abzuschießen mit dem... als Engineer. Also theoretisch, wenn sie halt... wenn der Panzer zu weit vorfährt... oder wir ihn halt nicht reparieren. Ja, äh, Slugs at the right side. Very right side. Da ist noch einer, glaube ich. What are you doing here? Wo, oder wo? Ja, da sind... genau. Zwei mindestens. Nice. Warte mal, ich spawn da gleich mit dem Beacon hier. Man down! Kommt jemand hoch von dem Gebäude? Noch jemand, glaube ich. Und du gestorben, Leute. Nice. Oh shit. Nice. Wie bei uns, Pio? Oh. Oh. Boah. Was ist... was habe ich hier für ein Loadout? F2000 mit Zweibein und diesem IRNV Visier. Was ist da los? Gerade vor dem Gegner aufgucken. Lol. Ich glaube, wir sind da oben, oder? Oh, ne? Einen habe ich. Okay. Werfen Nades hoch. Pass auf. Oh, den hab ich gut weggegeben. Oh, da ist zwei. 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 Einen habe ich. Oh, nice. Guck, guck, guck. Oh, hell dich erst mal. Ja. Kommt wieder. Ah, hat mich. Oh shit, ich muss nachladen. Ich bereue es nicht. Oh, drei Schritte. Für Spaß. Ah, ich war leider in der Rex nicht nachgeladen. Die war komplett leer. So. Haben die aber gut beschäftigt. Oh, die sind noch da. Ja. Da ist jetzt. Nein, nein, jetzt ist Schluss hier. Krass. Dass wir das jetzt... Hätte ich jetzt... Nice. Mit mir. Ach, ihre Mann sind hier. Sie sind über... Oh, an der Sie schütten auf die M320 etwas. Ich sehe dich, Fields. Oh, die Granate muss sitzen. Hier ist das die erste Name. Hast du sie weggeholt drüben? Ja, drei, vier. Okay, ich komm rüber. Infecte, Enamik, hab ich sogar noch bekommen. Ja, ich glaub die letzten sich aber glaub ich, oder? Mich hat der Supporter gehört, äh der Versorger, so. Dahinten noch chillt. Genau, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind die, die sind rausgegangen, ne? Ja, na eben. Ja, weil sie den Panzer nicht mehr hatten. Ja, es ist bei 460 Leuten. Na gut, ah. Jetzt müssten sie halt, wenn der Panzer soweit vorfährt, mit Raketen ihnen zuballern. Ohne raus. Ohne raus? U-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Ja, ich habe den Panzer nicht. Ja, du bist. Dann haben wir den Panzer nicht. Ja, ich hab das nicht. wir kommen ja gar nicht mehr überhaupt nicht mehr raus aus dem spawn oder dieses kugel nein nein das war schon richtig so sonst wäre ich gestorben hey young das beste battlefield ja definitiv wir müssen wir müssen es richtung panzer laufen die wenn du auf der straße bist dreh dich oben der schießt dir sonst in den rücken auf dem pc gibt es auf jeden fall noch einige server ja ein paar server auf jeden fall im pc lohnt sich definitiv das spiel noch zu spielen wenn du die möglichkeit hast die heute noch so gut dass früher so hartgesicht damals wie heute kann man kann man noch gut genießen zwei granaten na aktuell eigentlich sonst nicht also was andere spiele betrifft auf stream also ich spiele da im prinzip aktuell eigentlich kein anderes spiel so zu sagen also wie eigentlich nur das was ich heute also die zeit online spiele ich habe zwar noch ein paar andere spiele installiert aber ja eigentlich weil ich sie dann im laufe dann ist die müssen wo ganz rechts durch geprüft beide gleichzeitig das heißt sie haben es abgestimmt jetzt schwer wenn die nr 20 haben der panzer fährt auch nicht vor sind immer noch trüben bei der brücke es haben ist mit c4 gespott hat den grad noch gekillt mit der panzer in ich krieg hier ist eine ari 94 wo ich liege shotgun mit zwölffach so machst du auch schon mal aufgehoben ja ja solche leute wir müssen eigentlich schauen ob die irgendwo ein bieten haben jetzt ehrlich weil ich guck mal hier habe ich ja sieh hier kommen okay okay ich werde jetzt mal ich stehe hier ich werde jetzt mal zurück hier habe ich ein wenig zu warten ich werde jetzt nicht ich werde jetzt ich werde jetzt in der Tanken hier Oh, we would have to do it. Our tank is aggressive enough, so technically... They could get him down, if they all use RPGs. They are at us, or what? They are at the old M-Com, say I say. Okay, wait, I'll put here a beacon in. Oh, now I see. I have one. Alpa, he's there. Oh no. He will be revived, yeah. I have to find the headlitch, the... ...the end of the game. 500, you mean the game? What do you mean? 500 games in Steam? Lol. Yeah. So was gut gesammelt dann. They are upstairs in a building. Warte, they have not all installed, right? It's hard, I think. Besides, there are many Festplatten inside. No. 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 No, no. But there's a green spot, actually. He's not around here. Yeah. No. 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 B.I. Spotted an enemy soldier, over. Enemy soldier spotted, over. Enemy soldier spotted, over. Frag up! B.I. Spotted an enemy soldier, over. Only one, lately. B.I. Spotted an enemy soldier, over. Our tank should shoot the building and then the rubble from the building, also this house would du die eigentlich zerquetschen. B.I. Spotted an enemy soldier, over. Er war auch an engineer auf der Treppe, den habe ich gemacht. Exer schon PreFIRE hat, weil ich wusste das ja da Interstate. B.I. Spotted an enemy soldier past but when it's inside... oder soll ich es näher auf die straße stellen aber da werden sie es wahrscheinlich zerstören so müssen sie sich ein bisschen mehr bewegen wenn sie das blicken kriegen wollen und panzer ist disabled unser hoffentlich geht er nicht drauf wobei es würde natürlich noch mal die spannung oder panzer ist tatsächlich download jetzt wird die spannung für 75 tickets jetzt spannend wir haben das biegen übrigens zwei da wo man bieten war oder okay ja one guy diese krieg auf den keine hütze hä gott got him got him oh he got you bye just stay alive oh ja We should place new mines, the tank is gonna rush to make it happen. They just gonna rush in, otherwise they can not make it happen. Let's place the beacon sensor. Aufm M-Com. Get your ammo, man! They're going hard, right? Roger that. I spotted already, dude. Yeah, they're coming in fuel side. I think he noticed it. Yeah, I spotted an enemy soldier, over. Oh, they're coming from the middle. I'm looking. There's been a shotgun here. The tank is coming. Yeah, the tank is here. Savvy, Dysmus, BF3, or BF3 remastered. Definitiv. Definitiv. Also, wenn sie's wirklich gut hinbekommen würden. Auf jeden Fall. Hit him once. He's disabled. Hit him once. Same. They're repairing it. He's slowly moving forward again. Yeah. They're also coming from the right side. Like the right path. Also, in diesem Gang rechts. Yeah, I caught one. He's still moving forward again. I'm not going to die. 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 Come with your feet. Oh, I'm down. They're going to revive in the right hallway. A whole Medic Squad. oder sogar zwei wenn du ja ich hab die flankiert so ein bisschen aber naja einer auf der brücke schießt auf uns auf dem m com b b b b abknall abstand steht ja markiert bleibt einfach bei b lasse lasse hochgehen egal ja aber der punkt ist wenn sie das m com das zweite armen während das andere noch die die macht ja geht es noch das gilt dann noch deswegen wollte ich dass wir hierbleiben also ist auch okay natürlich dass das jetzt unsere maids da drüben das disamt haben also auf jeden fall dg ja 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 I mean, we rocked our ass off.